abtrünniger agent level 40 natürlich wieder hersteller drohen stock entdeckt wieder hersteller drohen was 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 zur helle was soll das das ist noch nicht mal der endgegner und ich habe nur noch zwei medikits und cool und die setzen unter druck die lady die setzt uns unter druck oder er oder erst oder was auch immer das ist das ist doch ein ki gegner oder das ist doch kein stopp lädt er sich gerade nach ich meine nein repariert er sich gerade das ist ja krass das habe ich ja noch nie erlebt kann ich das kaputt schießen vielleicht das teil das bestimmt nicht gut gewesen ja kollege wir haben kein medikit mehr das wird so unlustig gleich das noch nicht mal drag off vielleicht haben wir glück vielleicht müssen wir nur gegen ihn kämpfen das würde ja schon reichen oder vorsichtig weglaufen rote drohne ja na klar werf doch eine bombe hierher wo wo ist der hin schwächer stock wie viel wie viele wie viele gadgets kann der der bitte gleichzeitig benutzen ich kann ich kann nur zwei benutzen er hat so viele drohnen stöcke und ach schlag mich totes wird schon eine plackerei hier so geschützt in fünf sekunden okay das sind die drei das sind die einfach drei alles klar nur ein bisschen schwieriger als sonst das letzte mal hatten sie schilder gehabt das wird so uncool hier das wird so uncool das sind die das sind die die drei kauf typen sind auch kommt jetzt schande 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 das wird ein paar mal dauern könnte ich schwören ein glück habe ich den schwierigkeitsgrad nicht noch höher gestellt meine güte so da schwächer drohne die sollte ich mal kaputt machen und geschützt sie gleich wieder platzieren jetzt nämlich jetzt nicht einkessen lassen ganz wichtig wir haben so keine chance ist echt ungemütlich gerade stopp vorsichtig man muss doch die man muss doch die die höheren schwierigkeitsgrad zumindest jetzt noch so ok gut hinbekommen weil naja wir wollten eine richtige herausforderung haben so eine drohne der drohnenstock muss weg nein und wie soll man das munitions technisch hinbekommen wegen die waffe schießen bringt nichts oder nein offensichtlich nicht geschützt sie bleibt schön bei mir bleibt schön bei mir chemiewerfer nach einschießen brauchst du nicht komm mal raus hier nicht dass die sich auch noch repariert wo ist der schwächer drohnenstock wo ist der hin ich sehe ihn nicht ja vorsichtig vorsichtig ja 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 nein 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 vorsichtig ich das wieder zwei gleichzeitig angreifen einer reicht wirklich reicht wirklich geschützt sie in sieben und extra leben muss noch aufladen das war voll unfair gegen geschützt sie schande treffen sollte ich mal oh ok bleib schön am geschützt kollege meine güte ich muss treffen das ist ganz wichtig wir haben so wenig munition meine güte komm raus komm raus wir warten auf dich wir haben zeit na wo bekommen wir geschützt sie noch hin ja das ist ok das können wir machen die granate da reinfeuern gute idee warum eigentlich nicht oh komm schon medikit 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 oh ja stimmt wir haben ja noch ganz vergessen wir haben ja noch spezial muni so die abtrünnigen agents töten ne ne das ist noch nicht dragor von seinem sonderteam das ist die vorhut das reicht aber auch schon ne mal ganz ehrlich wie wärs dann mal wieder mit ein paar kleinen gegnern die medikit droppen das wär doch schon mal gar nicht so verkehrt ne so wie können wir denen jetzt am besten bei wohnen wo sollten wir geschützt sie platzieren na guck mal der steht ja da um die ecke dann packen wir geschützt sie nach oben na können geschützt sie von da treffen das sieht gut aus das sieht gut aus gefällt mir das gefällt mir oh dumm 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 dabei habe ich schon so wenig energie ja genau roten wiederhersteller drohen stock rote bombadrohne entdeckt rote bombadrohne das hat sich an wie so eine radikalisierte gang wir sind die roten bombadrohnen alter schwede ey das verlangt alles von uns ab das ist purstes Inventarmanagement auf die defensive Art und Weise na jetzt irgendwas habe ich getroffen ne das bringt nicht das bringt nicht oh meine schöne Granatmunition hu 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 alles cool alles cool komm raus du holst du der kann sich heilen ne der ist von einer ganz üblen sorte wie soll ich denn das mit der ach guck mal da ist Munition Gott sei Dank habe ich da reingeguckt da ist Munition kurz bevor wir den hier eliminieren machen wir nochmal alles frisch ne so machen wir es genau so boom ich finde es schade dass man deren Würfe nicht verziehen kann indem man auf sie schießt vorsichtig Drohne ich habe voll getroffen ich habe voll getroffen wow ich habe voll getroffen so unfair total unfair willst du mir drohen ich bin Cornholio mir ist gerade ein ganz lustiger tweet eingefallen ich hoffe ich hoffe Toilettenpapier trennen das mal wieder auf Twitter ja oh Gott schnell nachladen nachladen Muni 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 ganz schnell Kampf gegen Abtoning Agents können manchmal ohne Vorwarnung bei spezifischen Aktivitäten auftauchen sind nur ich keine Ahnung was da stand oh Gott ich habe solche Angst Medikit 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 ich habe gerade gesehen eine neue Farbe Pupo komplett ja endlich komplett rote ich bin blind ich bin so tot ich bin so tot keine Ahnung wie wir das packen sollen keine Ahnung ja natürlich Geschützi ist einsatzbereit Deckung man Deckung oh Gott weg 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 krass genau Geschützi Geschützi beballert euch schön habe ich noch eine Granate bitte um die Ecke um die Ecke um die Ecke um die Ecke ja 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 man ja man das Schirm geschützt hier in Ruhe miesen Schweine das hat geschützt sie nicht verdienen da sind wieder kleine Gegner die sollte ich auch erstmal vielleicht abfarmen Boom Tragen Hoffmann Boom Minigun wieder einsatzbereit Minigun da kommen sie da kommen sie Mann komm jetzt ist gut Vorsicht erstmal die kleinen abfarm wir brauchen die Kids wir brauchen die Kids die Medi-Kids wo ist sie hin? da ist sie die kleine rote ja kein Medi-Kit das kann erstmal liegen bleiben das ist mir egal das ist nur Loot da kommt noch einer Minigun oh nein oh Schande 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 Uncool genau jetzt passt das gerade nicht rein oh da sind sie schon da sind sie schon steh auf oh Gott ich muss mich jetzt heilen weg 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 klasse klasse das hat sich ja super gelohnt das Medi-Kit ich dachte vielleicht liegt da irgendwie noch drin verstecken Medi-Kit wir haben natürlich kein Medi-Kit mehr was ist das? was ist das? was piept da so? das bringt nichts ne? ich dachte immer man kann die Fenster von den Schildern zerballern wieder einsatzbereit oh komm echt jetzt wir sind so im Eimer oh 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 ja klar das ist die beste Position für den Medi-Kit die aller 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 beste ob da noch wer klein ist ja da bisschen wenig action ja vielleicht für dich vielleicht für dich wo ist die hin wo ist die Kröte hin die kleine wieder einsatzbereit Minigang Minigang das sagt er so lustig ich will mich auch nur ablenken mit albernheiten ja na klar Medi-Kit kein Medi-Kit wäre ja auch zu einfach oder? ja wenn wir jetzt noch ein Medi-Kit bekommen würden aber mit dem Minigang soll ich nicht schießen oder doch? jetzt wo sie dann rauskommen ne das ist dumm da hängt man so unnötig fest oh Medi-Kit Medi-Kit yeah stopp nicht dahin dahin lauf lauf holly hopp oh spezialmonie stopp da ist noch irgendeine spezialmonie ich 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 muss sie haben ich muss sie haben und zwar diesmal auch Spaß in der MPO Minigang kommt schon ey ja spezialmonie man sind da keine Medi-Kids drin in den Kisten? oh wow wow warum sagt mir das keiner? wow die die Garn achso ja vielleicht sollte ich mal ein bisschen hier mit schießen ja gute idee ja von links kommt einer und links ja sie wird natürlich zur mini-gun ich habe medikett aber ich setze es noch nicht ein drei sekunden noch für geschützt sie wie gang ja 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 man ja 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 ron das war's ron geht zurück nach hogwarts wo ist ron kommt schon ron du weißt ganz genau wie das enden wird zwölf sekunden ohne geschütze das sind zwölf lange sekunden nein jetzt muss ich jetzt muss ich mich heilen ich bin so tot schande nein 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 doch nicht doch nicht oh mein gott wir leben noch weg in die ecke in die ecke alter medikett kein medikett war so klar aber ich muss ich muss weiter medikett oh ja oh gott warum lebe ich noch irgendwas habe ich wieder erlebt medikant oh gott ja es ist noch nicht vorbei aber es sind so viele gegner hier warum den loot muss ich später einsammeln ich habe gerade echt andere sorgen wirklich andere sorgen alles cool wo ist ron und miese socke du ron ja machen wir ist okay ich habe mich am sichersten ich hoffe damit weniger einmal noch so acht sekunden am sichersten habe ich mich eigentlich hier gefühlt auf der anderen seite genau da beim fleisch ron oh ja und ist tot oh gott oh gott mein schönes geschütz das medikett ich brauche es muss ganz vorsichtig sein noch 98 sekunden ganz straff überleben medikant schuldigung wollte damit aufhören so ein zwang ist das was war denn das bitte wurde ich geblitzt dings kann es sein so über man im black die brauchen mich eigentlich gar nicht blitz dings und selbst wenn ich mal die außerordentlichen gesehen habe weil ich vergesse sowieso die hälfte na 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 so geschützt sie wir lenken sie mal darüber ist ja auch das gut jetzt weniger ja die folge stapelte todes braut eigentlich sind die so lahm ein glück sind die so lahm ansonsten ein richtiges problem ich habe noch medikett alles ist cool alles wird besser kontra ja aber wir sind noch mehr gegner kann es sein kommen jetzt noch welche rolle schon tot und kommt nicht mehr wieder oh ja irgendwas ist am platz was gut ist warte mal wir müssen sie wieder ins geschützfeuer leiten boom knuckles man knuckles ich fand sonic sowieso immer viel besser als dich ja ok jetzt dürfen bestimmt wieder gegner kommen fußsoldaten so geschützt sie ist noch am start drago drago wieder einsatzbereit ok ganz cool bleiben wir haben noch 16 schuss alles ist cool um 4 321 so ich würde ich hier drüben haben drago hier drüben na geschützt sie macht echt einen guten dienst durch die scheibe man wieder einsatzbereit älter spaß auch vorbei mit dem minigun wir sollten nicht in sein schussfeld geraten das wird ziemlich uncool ich will auch nicht offensiver kämpfen ich will das lieber safe lösen ja 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 man jetzt nicht übertreiben jetzt wird sich übertreiben verm Kleidoss wenn der kann rennen mit dem revolver mann Ja!